Liebe Kunstinteressierte, herzlich willkommen bei mir im Atelier. Ich wohne in der Schweiz, in der Ostschweiz am schönen Wallensee und ich bin ein vielseitiger Künstler. Ich mache Aquarells, erstelle Acrylbilder, dies vor allem auf Bestellung und im Grossformat. Heute habe ich mir eine schöne Schweizer Winterlandschaft ausgesucht und versuche nun mit Fantasie diese Winterlandschaft in ein modernes Aquarell umzusetzen. Wie immer beginne ich mit einer Skizze, sie ist der Leitfaden durch mein ganzes Bild, aber vor allem soll die Fantasie auf dem Papier das Zepter übernehmen. Also los, meine lieben Freunde! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich den Pinzel weglegen sollte. Verpasse ich den Abgang, besteht die Gefahr, dass ich das Bild überlade. Es ist nicht alles super perfekt, aber ich hatte einen Riesenspaß in dieser schönen Landschaft. Ich begrüsse euch ein anderes Mal wieder auf diesem Kanal und sage Tschüss.